Ein Messer gehört zur Standardausrüstung für alle Taucher. Das SK75 Titan ist das erste Messer, bei dem der Lochabstand zur Jacketbefestigung variabel ist. Das Messer kann bei Jackets mit einem Ösenabstand von 93 bis 134 mm montiert werden. Es hat eine Klingenlänge von 75 mm bei einer Gesamtlänge von 170 mm. Das Gewicht des SK75 Titan beträgt gerade einmal 75 g. Sie haben richtig gehört, damit wiegt es deutlich weniger als eine herkömmliche Tafel Schokolade und belastet das Reisegepäck so gut wie gar nicht. Im Lieferumfang des SK75 Titan ist eine Schlauchbefestigung und eine Klemmplatte für die Gurtbefestigung enthalten.